Was ist das Größte Gebot im Gesetze? Er zeigt ihnen, dass sie auf diese Frage gekommen seien, weil sie keine Liebe besessen. Die so klein und eng waren, haben allen Grund, nach dem größten Gebot zu fragen. Mit dem Heiland war die Zeit gekommen, aus den engen, kleinen Winkeln ins Große und Weite zu wachsen. Aber die Verknöcherung und der Buchstabengeist der Pharisäer waren so weit fortgeschritten, dass sie nicht umlernen wollten, sondern versuchten, den großen Heiland klein zu machen und sein weites Herz in ihren engen Rahmen zu spannen. Die wahre Liebe zu Gott und zu dem Nächsten ist das Größte hier auf Erden. Er ist das Größte hier auf Erden. Er ist das Größte hier auf Erden. Er ist das Größte hier auf Erden. Vielen Dank.